Eine Herzmuskelentzündung kann sich ja sehr unterschiedlich äußern. Manche Menschen spüren ihr Herzschlagen und haben Schmerzen in der Brust, andere haben Atemnot und kriegen schlecht Luft und wieder andere haben gar keine Beschwerden. Genauso unterschiedlich sind die Auslöser der Entzündung. Können Sie da Beispiele nennen? Die häufigsten Verursacher einer Herzmuskelentzündung sind Viren. Meistens haben sie vorher einen grippalen Infekt hervorgerufen und befallen den Herzmuskel erst Tage oder Wochen später. Aber auch rheumatische Erkrankungen, Medikamente oder Alkohol können Auslöser sein. Bei der Herzmuskelentzündung werden ja durch die entzündlichen Prozesse Zellen geschädigt und sterben letztlich auch ab. Das hat gefährliche Folgen. Genau, da die Schädigung der Herzmuskelzellen häufig dazu führt, dass das Herz nicht mehr richtig pumpen kann. Oder es treten bösartige Herzrhythmusstörungen auf. Weides ist zum Glück sehr selten. Woran merke ich denn, dass Viren den Herzmuskel befallen haben? Gibt es dafür Warnzeichen? Leider nicht und das macht die Erkrankung häufig so tückisch. Man kann sich nach einem grippalen Infekt wieder einigermaßen wohlfühlen, zur Arbeit gehen, Sport treiben und plötzlich steht das Herz still. Menschen mit chronischen Erkrankungen haben ein erhöhtes Risiko. Aber auch junge und gesunde Menschen, zum Beispiel Sportler, können an einer Herzmuskelentzündung erkranken. Also im Prinzip jeder. Gibt es denn einen Weg, sich zu schützen? Auf jeden Fall sollte man sich bei einem grippalen Infekt schonen und keinen Sport treiben. Denn der Sport kann dazu führen, dass man den grippalen Infekt verschleppt und auch der Herzmuskel etwas abbekommt. Wenn man ein bis zwei Wochen nach einem Infekt wieder Fieber bekommt oder Schmerzen in der Brust verspürt, dann sollte man zum Arzt gehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020